Borussia Dortmund empfängt Bayer Leverkusen zur heißesten Partie des 23. Spieltags Es ist das Duell der Schwarz-Gelben gegen ihren einstigen Coach Peter Bosz. Bundesliga, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Söntag ab 18 0-0 Uhr im Leifticke, einen Tag zuvor bekommt es der FC Bayern mit Hertha BSC zu tun Der Rekordmeister will an den Borussen dranbleiben. Bundesliga, FC Bayern, Hertha BSC, Samstag ab 15 30 Uhr im Leifticke, die Eröffnung des Spieltags feiern der VfB Stuttgart und Werder Bremen Für die Schwaben geht es im tiefsten Keller ums Überleben. Bundesliga, Werder Bremen, VfB Stuttgart, Freitag ab 20 30 Uhr im Leifticke Anzeige Sport 1 hat die Fakten zu den Topspielen des 22. Spieltags Werder Bremen, VfB Stuttgart Mario Gomez war mit zwei Assists und dem Siegtreffer zum 3 zu 2 in der 87 Minute der Matchwinner, als die Stuttgarter am 16. September 2006 letztmals an der Weser gewannen Die Werderaner erzielten gegen den VfB zu Hause, 111, und insgesamt, 177, ihre meisten Bundesligatorer und trafen in den letzten 26 Heimspielen immer ins Netz Mit dem Sport 1 Messenger keine Nus mehr verpassen, hier an Mildenpipe-Symbolanzeige Dennoch holten die Schwaben mit 51 ihre zweitmeisten Punkte in Bremen, 19 davon durch Tore in den letzten 10 Minuten Die Bremer blieben in den letzten vier Heimspielen mit 10 Treffern ungeschlagen und verloren keins ihrer sechs Pflichtspiele in diesem Jahr Vier Zähler holten sie in der Nachspielzeit, drei davon durch zwei direkt verwandelte Freistöße in D96 Minute Sie trafen in jedem Saisonspflichtspiel ins Netz Bilder Galerie Bundesliga Torjäger der Saison 2018 1921 Bilder Die Schwaben verloren ihre letzten fünf Gastspiele mit 1 zu 14 Toren und verbuchten mit der lechrigsten Abwehr in den letzten sieben Runden nur einen Punkt und 20 Gegentore In den letzten neun Partien ihrer schwächsten Saison der Vereinsgeschichte liefen sie immer einem 0 zu 1 hinterher VfB-Trainer Markus Weinzier, der elf seiner 15 Partien mit dem VfB verlor, verzeichnete in seinen zehn Duellen mit den Hanseaten kein Unentschieden Werder schoss mit 10 die zweitmeisten Jogertore, der VfB kassierte mit ebenfalls 10 die zweitmeisten Gegentore durch ein Wechselspieler Die Duelle in Zahlenheimbilanz 24 S, 15 U, 12 N, 111 zu 65 Tore, Gesamtbilanz 35 S, 32 U, 36 N, 177 Doppelpunkt 161 Tore Letzte Heimsieg, 1 zu 0 am 2 12.17 Letzte Heimniederlage, 2 zu 3 am 16.9.06 Aktuelle Wälder schützen gegen Stuttgart Bizarro, 11, Bartels, 3, Kröse, 2, Osaka Zwei VfB-Schützen gegen Bremen, Gomez, 9, Gentner, 5, Castro, 2, Aogo, Didavi, Donis, Eswein, Zuböf Bayern, Hertha BSC Die Berliner brachten Bayern München mit einem 2 zu 0 im Hinspiel die erste Saisonsniederlage Bayern zwangen ihn im Pokal-Achtelfinale in die Verlängerung Zudem verlor Hertha Keins der letzten vier Duelle in der Liga In München aber feierten sie den letzten Sieg, als Dietmar Kramer dort noch Trainer war Bernd Gersdorf sorgte am 29. Oktober 1977 für den Berliner 2 zu 0 Erfolg Seither blieben sie an der Isar nur einmal ohne Gegentor, beim 0 zu 0 in der vergangenen Saison Nur 5 Punkte und 2 Führungstor gab es seither für die Hertha, für die Enes Ben-Hattiere am 26. Oktober 2013 das bislang letzte Tor in München erzielte Meist gelesener Artikel 1 Fußball 2 Bundesliga Podolski fühlt sich unerwünscht 2 Fußball Europa Lea Gönntracht versenkt und jetzt 3 Fußball Bundesliga Hummels fehlt Bangen im Goretzka 4-Innen Fußball League 1 neuer Trikotsponsor für PSG 5 Motorsport Formel 1 Hülkenberg setzt Bestzeit Die Berliner gewannen aber die letzten beiden Saison-Auswärtspartien mit je 3 Treffern, von denen die Hälfte auf das Konto von André Didder ging Sie lagen in der Rückrunde noch keinmal zur Pause zurück. Die letzten beiden Berliner Treffer erzielte De Wieselke, der auch im Pokal gegen die Bayern erfolgreich war 4 Punkte verlor die alte Dame durch Gegentore in der Nachspielzeit. Der Rekordmeister gewann seine letzten 4 Heimspiele, kassierte zu Hause aber schon 12 Gegentore, nur 3 weniger als Schlosslicht Nürnberg Der gebürtige Berliner Niko Kovac, der sein 100. Bundesligaspiel als Trainer absolviert, trug in 75 Bundesliga-Partien das Hertha-Trikot Die Bayern gewannen 9 der letzten 10 Ligaspiele und schossen dabei 7-mal mindestens 3 Tore Bereits zweimal in dieser Saisons verlor der Rekordmeister, der nur die viertbeste Abwehr stellt, das Ligaspiel nach einem Champions League-Auftritt Die Duelle in Zahlenheimbilanz 26 S, 5 U, 2 N, 90 zu 28 Tore Gesamtbilanz, 38 S, 19 U, 10 N, 152 Doppelpunkt 73 Tore Letzte Heimsieg, 3 zu 0 am 21 9.16 Letzte Heimniederlage, 0 zu 2 am 29.10.77 Aktuelle FCB-Schützen gegen Berlin, Robben, 8, Lewandowski, 5, Ribery, 4, Mille, 3, Goretzka, 2, Hummels, 2, Rafinha, 2, Süle, 2, Koman, Thiago Hertha-Schützen gegen München, Ibišević, 5, Dida, 2, Kalu Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen 15 Monate nach seiner Entlassung in Dortmund kehrt Trainer Peter Boos mit Leverkusen an die frühere Wirkungsstätte zurück Die Werkself verlor die letzten drei Auftritte beim BVB mit 2 zu 13 Toren, gewann nur eins der letzten sieben Duelle und verlor das Hinspiel nach 2 zu 0 Pausenführung mit 2 zu 4, durch zwei Joggere von Paco Alcacca in den letzten fünf Minuten In den letzten acht Treffen in Dortmund gewann immer das Team, das zur Pause führte In den letzten drei Treffen dort gab es je einen Elfmeter für die Hausherren. Jetzt das Trikot der Bundesligisten kaufen, hier geht es zum Shop Anzeige Die Westfalen sind als einziges Team zu Hause ungeschlagen, büsten aber jüngst beim 3 zu 3 gegen Hoffenheim durch drei Gegenteile in der letzten Viertelstunde zwei Zähler ein Die Leverkusener sind das beste Team der Rückrunde und gewannen die letzten vier Spiele mit 13 zu 2 Toren Sie verloren nur eins der letzten fünf Gastspiele und verbuchten in den letzten beiden 8 zu 1 Tore Peter Boos verzeichnete in seinen 20 Bundesligaspielen einen Schnitt von 2,4 Toren Der wird nur von den ehemaligen Bayern-Trainern Carlo Ancelotti 2,57 und Pep Guardiola 2,49 übertroffen Die Dortmunder gewannen seit dem 5 zu 1 gegen Hannover vom 26. Januar keins der folgenden fünf Pflichtspiele Das gab es zuletzt im Herbst 2017 unter Trainer Boos. Und sie sind mit dem besten Angriff der Liga seit drei Stunden und 23 Minuten ohne Torerfolg Die längste Zeit seit Oktober 2016, als 120 Pokalminuten gegen Union Berlin und das Derby gegen Schalke 0 zu 0 endeten Der BVB verlor aber nur eine der letzten zwölf Halbzeiten, 1 zu 3 im zweiten Durchgang gegen Haufenheim Die Duelle in Zahlen Heimbilanz, 20s, 10u, 9n, 68 zu 42 Tore, Gesamtbilanz, 30s, 22u, 27n, 122.115 Tore Letzte Heimsieg, 4 zu 0 am 21 Aktuelle BVB-BVB-Schützen gegen Leverkusen, Reus, 8, Alkaker, 2, Brun Larsen, Diallo, Götze, Geheru, Philipp, Pelissic, Sancho Bayer-Schützen gegen Dortmund, Vorland, 4, Belarabi, L Bender, Ta, Weiser, Vendell